Los geht's! Wir befinden uns hier an dem Ort, wo Stefan seine ersten Zweiradfahrversuche tätigt. Irgendwo da hinten treibt er sich rum. Ich weiß, wer ich seh. Ich seh ihn, aber auf der Kamerabe steht noch nichts zu sehen. Das ist mal ein bisschen, ne? Ich meine, das sind vier. Aber der Wetter, der ist früher nicht durchgehen. Doch, da, jetzt fliegt man die sogar. Der kleine Motorrad, geile Mager. Was für einen kleinen Zähne bei der Blue.